Jo, dann wollen wir weiter töten, dass wir am Eingang schlafen können. Äh, das heißt, die räume ich hier, sollten zuerst weg. Du heil bitte, sie. Ups. Erstmal provisorisch schießen. Oh, und wir haben kein Segen mehr, richtig? Richtig. Richtig. Töter Attacker. Gib ihm. Ah, die Wetterer, oh. Rund passieren. Töten, hauen, heilen. Sie. Hauen, hauen. Kraft Heilung. Und schon sieht das viel besser aus. So. Hauen, hauen. Töten, heilen. So, bitte abfliegt. Alles tot. So, bist du in die Kiste? Du bist in eine leere Kiste. Das ist mau. Ist jetzt für so ein paar Soldaten. Na gut. Komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Das ist echt krass, dass Talana viel, 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 viel mehr Zauberung der hat als anderen. Aber das liegt auch daran, dass Talana die einzige ist, die schon zwei Klassenaufstiege hatte. Darum sollten wir uns wohl wirklich demnächst mal kümmern. Das heißt, in jede Stadt gehen, da mit dem Oberhaupt sprechen und gucken, was für eine Klasse er vertritt und denn seine Aufgaben machen. Und noch eine leere Tour. Ich sehe hier ein Muster. So, letzte Tür auf der linken Seite. Komm raus, 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 raus. Du war Ritter, Rahn. Ist auch gleich tot. Oh, da ist was zurückgegangen. Okay. So. Der Bogen. Naja. So. Sonst alles heil. Ja. Mit, mit. Oh, da liegt noch was. Weg mit dir. Hier ist keine Kiste. Oh, dafür ein Amulett des Gedanken. Und sie hat ja noch keins. Sehr gut. So, dann probieren wir jetzt mal zurück zum Eingang zu laufen. Da dann ordentlich zu schlafen und durch zu waffen. Wenn nicht, gehen wir halt einfach raus. Machen das da. Denn es geht doch ein Ticken schneller, wenn auch Myrim und Lay noch ein wenig Schaden beitragen können. Und kein Grün. Hier hinten vielleicht. Nee. Okay, wir sind ganz raus. Nimm, 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 nimm. Hier. Schlafen. So, wir hätten gerne Auge. Wir hätten gerne Fackellicht. Wir hätten gerne Tag der Götter. Das dauert jetzt eine Weile bis in der, wie der was machen kann. Deswegen kannst du dabei schon mal Schutz vor Feuer sprechen. Und Myrim. Braucht von dem Rest nicht wirklich irgendwas, nö. So, gehen wir einfach weiter alle Türen durch. Ching, 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 ching. Oh, oh, oh. Du. Sing. Und ganz kurz deine Coiler operieren lassen. So. Du. Hey, du. Und einmal dasselbe heilen. Zip. Wieder eine Truhe. Wieder leer. Da ist irgendwas ganz faul. Vielleicht sollte ich auch nicht alle öffnen. Vielleicht sind die irgendwie in einer Falle versehen. Und wenn man sie jetzt öffnet, ist nichts drin. Aber wenn man später alle umgebracht hat und dann sie öffnet, ist was drin. Vielleicht. Aber es sind Kisten, verdammt. Die sollen geöffnet werden. Ja, ne. Ich lasse jetzt die Kisten Kisten sein. Letzte kleine Tür. Weg, 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 weg mit euch. Weg, 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 weg. So. Vielleicht lassen wir auch Kiste sein. Und du machst bitte eine Kraftheilung. So. Was haben wir in dem großen Raum? Mehr Gegner? Okay. Hätt klamm können. Hopp, hopp. wir haben ganz schön wenig schaden genommen ich glaube das mache ich noch mal du oder deutsch ist kaputt damit greift sie auch so häufig an noch irgendwas beschädigt zwei veteranen ist nur doof genau die hauen alles zu klump was machst du eigentlich plus 5 ich weiß nicht du weißt nicht plus 0 ja nur mit angeschlagen lehrt keine zauberbogen zum heilen ist kaputt geschlagen wieder doofen bogen er kommt mit denen ja austauschen so nicht mehr rumtreffen bitte danke haben wir hier weiße flüssigkeit glück mehr gegner wer hätte es gedacht und die können sogar schaffen sind ja nur ratten und ein zwei wachen genau ihr nicht mehr rumtreffen nicht mehr rumtreffen kämpfer achte sind ganz schwachen können mir die ratten hier gefährlicher sein als diese komischen soldaten die einfach so da schon mal ein knopf eine panzerrüstung die zu schwer ist zauberstoff für 1000 gold kommt mit leeres fass leeres fass kisten auch wir haben keine gegner näher hat man drücken wir den schlafen hallo idee kann man ja noch sagen ich will jetzt weg bitte gerufen auf der macht wenigstens ein bisschen schaden also natürlich nicht so viele telana aber mehr als lay in dem jetzigen zustand ohne zauberpunkte oh oh ein veteran was war das denn gerade für ein gesicht bei gerugon also die mimik von denen ist manchmal echt sehr unterhaltsam oh 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 amelie 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 was ist mit ihrem irgendwie hält sie immer ihren bogen hoch wenn sie gehauen wird sehr interessantes verhalten so jetzt schlafen vielleicht ja gut also Auge Fackellicht Segen Kisten öffnen Ich hab's Ah na also Ich weiß nicht Aha Mhm Koin noch Platz Ich weiß nicht Aha Präzisionsbogen Da ist noch Platz Stunde der Kraft So, was hat der Schalter jetzt gemacht? Sind jetzt hier irgendwelche Kisten befüllt worden? Und ja, das ist auch meine Prioritätenliste ganz weit oben. Ich will Beute machen. Wir brauchen nämlich so dermaßen viel Gold. Hier, irgendwo hatten wir ein paar Kisten übersehen. Ah, ist immer noch leer. Na gut, dann halt auf die andere Seite. Und dann ist da vielleicht noch ein Schalter und dann kommen wir irgendwo in einen wichtigeren Bereich. So, hier rum, da rum, da rum, da rum. Links war der Weinkeller, den haben wir auch schon leer gemacht. Und wo kommt ihr denn her? So. Oh, da ist ja noch einer. Weg, 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 weg. Nur eine Kettenrüstung will ich nicht, danke. Oh. Oh, es sind ein paar mehr. Jo, gib ihm. Rückwärtslaufen, Feuerbälle schmeißen. Gibt nichts, besser was. Oh, wir haben keinen Schuss für Feuer. Ja, genau. Hoppla. Du, Schuss für Feuer. Du, Kraftteilung. Ja, die sind beide angeschlagen, sehr gut. Dann schnell weghauen, bevor die irgendwelche Sachen kaputt schlagen. Keine Ahnung. Und gucken, was sie da schönes verteidigt haben. Karputt. Karputt. Äh. Ein Gefängnis. Oh, hier könnte die eine gesuchte sein. Schnell die Jungs hier umbringen. Den kann ich euch sagen, was ich meinte. Oh, oh, oh. Schnell die Jungs hier umbringen. So, lauf, 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 lauf. Wusch. Das ist nur einer. Okay, bei einem lohnt sich ein Feuerball nicht so wirklich. Geh, geh weg, geh. Schau mal in der Kettenrüstung. Gib Ruhe. So, müssen wir schon wieder schlafen. Können wir hier noch nicht wirklich, weil so viele Türen noch nicht geöffnet wurden. Okay. Hier. Auge. Fackele ich. Segen zurück. Also, was ich sagen wollte. Wir sollen jemanden befreien aus seinem Gefängnis. Nämlich. Näm, 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 näm. Nee. Finde das verlorene Artefakt in der Dragunerfestung bei Burg Temper und bringe es zu Zolta und Phelps in Freehaven. Verlorene Artefakt. Okay. Und wir sind in der Dragunerfestung. Und wir machen kurz die kleinen Räume hier, damit wir die endlich hinter uns haben. Oh, das sind viele. Schutz vor Feuer. Warum bloß Schutz vor Feuer? Das fragen die sich bestimmt auch gerade. Was zum Teufel macht die Hexe da? Warum schützt ihr sich vor Feuer? Na? Da. Schnell eine Heilung, bevor ihr umkippt. So, du Kraftheilung. Du Wusch. Hoppla. Dann die ersten fliehen. Das sind drei. Oh. Wir fliehen nochmal kurz. Kraftheilung. Die kommen gar nicht hinterher. Okay, du Wunden heilen. Gleich nochmal Wunden heilen. So, und dann gucken wir mal um die Ecke, ob genau die drei Veteranen hier sind. Ja, natürlich. Du heil dich. Einer ist angeschlagen. Einer ist fast voll. Einer ist tot. Komm, 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 komm. Oh, kommst du jetzt aber mal her. So. Du, Kraftheilung. Du guckst, was kaputt gehauen wurde. Ziehst kurz Mörgungskettenhemd an. Okay, geh rüber. Fragen wir nicht nach. So. Alle tot oder fliehen? Und wir haben hier gar keinen Schalter oder so. Aber unser Markt hat auch gesagt, da hast du eine Geheimwand. Und da hast du eine Kiste, die bestimmt wieder leer ist. Gold. So. 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 Vielen Dank.